Ich möchte euch heute zeigen, wieso es so wichtig ist, in dieser kritischen Zeit sich gründlich die Hände zu waschen. Wie man hier sieht, sind sehr viele Sachen da drin. Man könnte sich schon als Bakterien vorstellen oder sogar als das Corona. Ich gehe mit den Händen jetzt da rein und mal sehen, was passiert. Da passiert im Umkreis gar nichts. Und man sieht, da sind schon ein bisschen Sachen drauf. Aber jetzt gehe ich ein bisschen ins Wasser und nehme noch ein bisschen Seife. Das könnte man sich schon als den Vorgang vom Händenwaschen vorstellen. Und jetzt sehen wir, was passiert. Im ganzen Umkreis verschwindet das alles. Also tut euch einen Gefallen und wäscht euch, egal nach was, euch immer die Hände.